ja mo mo leute euer seo hier und herzlichen willkommen zurück zu let's play digimon world next order ich habe mir heute gedacht wir werden ein bisschen mein sauer verdientes geld ausgeben bisschen herumreisen ich glaube beim logik vulkan war doch einer versteckt ich bin mir nicht so sicher es gab ja drei wege ich weiß nicht beim linken noch irgendeiner war wir werden mal nach gucken so als allererstes möchte ich aber ganz kurz ausruhen so weiß nicht ob wir jetzt mittlerweile wieder eine chance haben gegen die ja ich habe die doch angeschlossen das drehen wir nicht durch so einmal noch so ja das reicht gut dann gehen wir mal zu sender als allererstes gucken wir mal ob für just one vielleicht doch finden und zwar im deutsch ex ich habe aber nicht nur geld ne komm hinterland ist glaube ich ein hinter wo wir das erst mal gesehen haben und wir gehen da jetzt einfach mal hin und gucken ob er vielleicht da ein kleines digimon pi sagt keine ahnung so kann es laufen hey hey diese straße gehört dem großen boss just one mal ganz langsam was ist willst du auch geschrottet werden du depp ich zeige dir was mit leuten passiert die dem großen boss jetzt muss man auf die nerven gehen okay gucken wir mal auf bisschen kriegen welchen der wisse 22 was okay und raunfurtzig jetzt sieht aber ganz schön neben ab alter schwede ich sehe es gerade erst zuerst mal vor kreiber und fast totes der soll 22 sein nein weiß ich weiß nicht da ist ein karl okay baum beschleunigt auf dann ist das geht ich glaube ich dass nur wer man bis dahin überlegen auf natürlich vielleicht noch keine attacken beigebracht aber schütte ich hätte die besten attacken auspacken sollen aber es wird schon es wird schon oder wenn die über kriegt ganz schön aufs wort ja er ist ja du scheiße ich habe zum glück gespeichert ich spreche immer wenn ich eine folge beende und deswegen passt das ganz gut ich glaube nicht dass ich so gegen ihn gewinnen kann ich glaube nicht dass ich so gegen ihn gewinnen kann ich muss es schon die härteren attacken auspacken oder die dna die ich jetzt schon okay okay das war kacke mach doch mal was anderes okay das war zum beispiel gut okay das war zum beispiel gut calm down da kriegen wir ja auch so ich bezweifle stark aber egal überlegen der kann auch eine meter schweer weiß nicht wieso man das immer sagen muss das mache ich auch die die gewonnen war deswegen macht es ich mache das für sie okay wenn ich es schaffe noch mal die olie hinzukriegen das sieht ganz gut aus dann wird das klasse gut, einfach so wie das schau es ab na komm du kriegst das hin schön und kalt du kommst du machst es ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ja er ist tot rink ist aber noch der bringer muss man bestimmt sagen ich ertrage es nicht mehr ich werde dir nie verzeihen just one ist im vollen tempo davongerannt vielen dank just one stimmte da eben was nicht mit ihm nicht nur wie er geredet hat ich habe auch just one noch nie so schwach gesehen wie dem auch sei ich mache mich wieder an die arbeit er ist nicht in die stadt gekommen das ist seltsam okay ich glaube wir verbringen den tag hier mit training okay der tag ist eh bald vorbei und hoffen wir dass wir von koromon nochmal was bekommen ansonsten müssen wir vielleicht in die stände nochmal zurückkehren vor allem ist er schwach gewesen das ist nicht gut das ist nicht gut ähm wie sieht es denn aus wenn er mal stark ist ach du scheiße oh man ich weiß nicht ob die peder das beste ist bist du bereit ausdauer wir gucken gleich doch mal ob er vielleicht am nächsten tag wieder da ist nur stärker vielleicht ich weiß es nicht wir speichern aber vorher ab weil ich will ja nicht umsonst hinfliegen das wäre ein bisschen bitter sistem in diesem wie das das ja das ist euch Du hast Hunger? Hier geht's. Bist du bereit? So, ne egal. Dann geht's sowieso ne Stunde schlafen. Könnte ruhig ausgepowert sein. Okay, gather up. Good night, sleep tight. Dann mal los. Du kommst dir ziemlich cool vor, ja? Äh, zieh dir ziemlich toll vor. Äh, ich war so nett, es dir das letzte Mal durchgehen zu lassen, aber jetzt habe ich genug. Komm bei mir auf der Kontrollinsel in Ex-Maschina vorbei und ich verpasse dir eine Tracht Prügel. Verlass dich drauf. Okay, gucken wir gleich mal. Ähm, gather up. Eventuell werden wir das nämlich nicht gewinnen. Hier geht's. Bereit zu essen? Ich sage, ich bring vielleicht ein bisschen Heilung mit. Okay, gather up. Ich habe ne Idee. Das ist das Dojo. Das ist nicht meine Idee. Äh, das ist das Training Center. Äh, ich möchte ins Labor. Also, Komplettheilungsdisk. Ein Komplettheilungsdisk. Na gut. Äh, hol mir zehn Medizindisks. Okay. Äh, jetzt haben wir noch hier, ähm, große Heilungsdisk anfertigen. Fünf mittlere Heilungsdisk. Okay. Ja, ist gut. Ist jetzt, ist jetzt gut. Ähm, wir gehen mal zum Ausrüstungsladen. Nein, mit dir wollte ich nicht reden. Wir kaufen... ...große Heilungsdisk. Es tut weh. Aber es wird, es wird, es wird für einen guten Zweck sein. Und eigentlich muss ich auch noch... ...große MP-Disks mitnehmen. Gut, dann müsste ich eigentlich safe sein, ne? Oh, also 50. Ja, schon bin ich bankrott. Klasse. Was sagt die Börse? Die Börse will mir noch kein Geld geben. Ja, naja. Gut, gehen wir erstmal zum Landwirtschaftsviertel und holen da unsere Ressourcen. Und dann versuchen wir, Just More fertig zu machen. Jetzt müsste ich eigentlich für Kämpfe gewappnet sein, ne? Ich hab MP ohne Ende. Oh, was? Ach so. Ich hab die Stadt vermessert. Stimmt. Da war ja was. Halt, ich wollte noch, äh... Die, 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 äh... Na. Die Heil-Disk umwandeln, ne? So, du gehst auch mal los. Heiteich-Ausrüstungsladen. Okay. Wir haben hier noch ansonsten... ...des Casino und das Museum. Ähm... Angel-Teich. Machen wir das Casino erst. Äh, als erstes. So, dann bewegen wir uns noch mal zu... Oh, ne? Forschungslabor. Okay, großer Heilungsdisk. Was? Nun brauch ich fünf Mittelreinungsdisk. Ich hab schon große. Ach so. Boah, größere als groß. Ja. Okay. Kommen wir uns ein paar Reckdesks. Wir müssen ja auch unsere D-Mode irgendwie wiederbeleben, wenn's hart auf hart kommt, ne? Ich mach mich so arm. Hahaha. Okay. Na, immerhin haben wir dann welche. Zehn hat er gebraucht, ne? Ja, ach du Scheiße, ey. Ich hoffe, die heilen wenigstens gut. Ich weiß nicht, wie viele ich gekauft habe. Okay. Okay. Was können wir noch machen? Große Doppeldisk brauche ich nicht. Ähm. Aber wir heilen doch nur 5000 damit. Das ist ja gar nichts. Eigentlich nicht. Aber gut. Okay. Einmal zum Sender, bitte. Jetzt speichern wir nochmal fleißig, damit's nicht umsonst war, dass wir reisen. Denn wir müssen jetzt Geld sparen. Bis die Böse wieder irgendwas raushaut für mich. Okay. Gucken wir mal, was er so drauf hat, der Junge, ne? Der Bengels. Der will aufs Maul. Das kann er haben. Wie sie alle auf einen Haufen sind, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Müssen die nicht endlich hier verteilt sein? Okay. So, sehr schön. Oh, Katzengras. Brauche ich. Oder Kratzgras. Katzengras. Ne, Kratzgras. Alles gut. Hab's schon kapiert. War das die Grünsel, wo er kämpfen wollte? Glaubt nicht, ne? Ne, es muss die andere Insel gewesen sein. Da, auf der Insel wollte er kämpfen, ne? Falls er überhaupt kämpfen wollte, ich weiß es nicht. Aber mit dem ganzen Heil-Disk und so weiter könnte ich eigentlich sogar zu Devi-Mann. Ist er jetzt hier? Äh? Äh, Kontroll... Achso. Hinterland. Hätte ich doch Hinterland geben müssen. Ich dachte, wer hier gewesen auf der kleinen Insel? Naja, trotzdem 2000 gespart. Auf jeden Fall, der verlässt mich besiegen. Ich muss mich nur kurz an euch vorbeischleichen. Bitte ignoriert mich. Ihr sagt dir, bitte ignoriert mich. Oh Gott. Bitte nicht kämpfen. Bitte nicht kämpfen. Ich kann es echt nicht gebrauchen. Ah. Ja, danke. Ah. Puh. Ah ja, ich erinnere mich an dich. Ich glaube, dein Name ist Zero, oder? Worum ging es in dieser Digi-Mail? Äh, hast du mir nicht die Digi-Mail verschickt? Ich dachte, da wäre was Seltsames und wollte es mir ansehen, aber ich glaube, ich bin da hintergekommen. Ah, da ist es. Äh, hehe. Bürgermann, du steckst also dahinter all dem. Du hast eine gefährliche, äh, eine gefälschte Digi-Mail verschickt, damit ich und Zero kämpfen. Dann hast du dich als mich ausgegeben und als Justmon böse Taten begangen. So war es doch, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist ein Komplotzer, ich sage es dir. Du hast gegen meinen Doppelgänger gekämpft, oder, Zero? Ist dir etwas Seltsames dabei aufgefallen? Äh, ja, du hast eisbasierte Angriffe eingesetzt. Das ist der Beweis. Und jetzt nimm deine Strafe dafür an, dass du Kinder geärgert hast. Verdammt. Na gut, das Spiel ist aus. Aber heute habe ich einen Spezialangriff, der dich aus den Socken haut. Blah! Hm, das Böse gewinnt nie. Fall abgeschlossen. Tut mir leid wegen der ganzen Sache, Zero. Dass es jemand gewagt hat, meinen Namen in den Dreck zu ziehen. Oh, ich hab's. Ich hatte gerade eine super Idee. Ich sollte in deine Stadt gehen. So kann ich direkt etwas unternehmen, wenn da jemand Ärger machen will. Ich sollte mich sofort auf den Weg machen. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten. Okay, das war nicht der Kampf, den ich gehofft habe. Aber es war gut. Es war gut, dass ich nicht kämpfen musste. Meine Vorbereitung war also auch für den Arsch. Aber dann können wir wenigstens zu der Vivo gehen. Okay. 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 So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Guck mal, was er macht. du bist zurück 0 ich habe gute möglichkeiten dass man es nach platzien zurückgekehrt es ging direkt ins zum forschungsviertel und hat davon geredet den frieden zu beschützen oder der wohlstand der stadt liegt bei 121 so thema fähigkeiten erwerben behandlungsart brauche ich jetzt nicht unbedingt ja als nächstes würde ich sagen machen wir ein paar attacken fertig steckert die start bp befehlskraft stapelt bp über das bindungs limit von 100 das ist nicht schlecht das sollten wir definitiv angehen taktik art negiert manchmal mp-kosten mit dem partner angreifte die kritische trefferwahrscheinlichkeit für angriff von hinten stark steigert hat das auch mal alles lernen art und drop art brauche noch für bit zum zumal für bit na gut gucken wir mal was jasper im forschungsviertel treibt du bist es hier ist alles in butter keinerlei probleme hier ist es so friedlich ich habe kaum was zu tun daher möchte ich dir meine kräfte und fähigkeiten beibringen unterschätze meine stärke nicht wenn du zeit hast kannst du gerne vorbeikommen du willst also meine kräfte und fähigkeiten erlernen die lektion dauert eine stunde die freund und bund eines partners sind auf den höchstmöglichen stufe musste hier nicht mal was beibringen die freund bringt er mir bei die besseres geben wir zum sender so ich möchte gerne zum logikvokan ich glaube nämlich da war noch irgendwas ich bin mir nicht sicher ich gucke lieber nach bevor ich irgendwas verkacke dann sind wir uns wenigstens 200 prozentig sicher dass da nichts ist so dann haben wir kap mod soweit abgeschlossen bis auf dass da ein die gewonnen ist weil ein einziges deutsch exe abgeschlossen das tohido hast du nicht gesehen hochgeland ist abgeschlossen die server wüsste müsste abgeschlossen sein oder waren das server wüsste noch jemand kann das sein dass wir noch jemand da war noch jemand in der server wüste logo okay 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 dann müssen wir da auf jeden fall hin hier war niemand mehr gut gehen wir uns weiter lasst mich einfach in ruhe mädels dankeschön koriander nehme ich mit ich glaube da war dieses taumann auf der seite oder dieses komische dass mir auch ein anderes tor den jetzt kirchens geben wollte vielleicht sollten wir das noch mal angehen dieses so ein zeichen kann aber gut gebrauchene versteckt das rotes haus das können wir doch hier gebraucht holz ist immer gut holz brauchen wir momentan ohne ende gotter holz perfekt das ist so selten und das brauchen wir überall okay sprechen wir mal mit diesem taumann gucken was er noch mal wollte ich werde auf dich warten ich brauche dreimal koriander drei tiefsee essenzen und fünf öligenüsse tiefsee essenzen brauchen wir tiefsee essenzen findest du tief im meer aber wie ich hörte bekommt man sie auch an verkaufsautomaten okay dann brauchen wir also nur noch diese tiefsee essenzen dann müssen wir halt die verkaufsautomaten abklappern das heißt wenn wir verkaufsautomaten sehen dann gucken wir mal nach ansonsten würde ich sagen gehen wir jetzt einmal kurz zurück und dann gehen wir in die serverwüste wenn da wirklich niemand mehr war ich glaube aber da war jemand glaube einer war in richtung des turms irgendwas war da ansonsten gehen wir dann morgen direkt zu der wie man weil ich glaube sonst war nirgendwo einer mehr bin ich hier richtig gewesen ach es war richtig alles richtig alles richtig oder oder war hier noch wer ist nichts neues gut was willst du denn hau ab mit euch will ich meine zeit nicht verschwinden was wollen die denn ganz ehrlich was sollen die scheiße der eine ist einfach rum gefallen du hast es geschafft all right yeah oh zwei pflaster danke richtig gut rum dafür dass ich das geskillt habe kommt noch mal ziemlich scheiße raus Jetzt haut doch ab! Ich hab da echt keinen Bock drauf, Jungs! Busbahnhof, hier war irgendwas. Nicht hier, nicht hier, sondern im nächsten. Irgendwann stand da an der Ecke und ich hab gesagt, nee, das machen wir nicht. Irgendwann war hier. Oh, da hinten an der Ecke ist jemand. Oh nein. Da oben sind jetzt nicht die beiden Dödel, oder? Oh Gott, nein. Okay, an dich erinnere ich mich nicht. Ich spüre schon mal kurz. Sicherheitshalber. Kaiser Greymon. Puh, das ist noch lange nicht genug Energie. Okay. Ich weiß, wo noch einer ist. Ich weiß nicht, ob er schon in die Stadt kommt. Ernsthaft? Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Gut, ja! Gut, ja! Das war bei Rosemons Palast war noch irgendwas. Ich hätte schwören können, dass hier an der Seite überall stand. Sind das die beiden Dödel? Bitte sagt mir nicht, dass das die beiden Dödel sind da vorne. Ach, die sind's. Ach so. Ja, das sind auch zwei Dödel. Ja, ich hab grad sowieso gespeichert. Eine innere Kraft durchströmt mich. Überlass Kota uns. Sei kein einsamer Wolf. Ich habe Herrn Mamiyo bei mir. Du brauchst die also. Um mich keine Sorgen zu machen. Ja, gut. Komm, das packen wir heute nochmal drauf. Wir gucken da auf jeden Fall nochmal nach. Weil dann haben wir wirklich alles untersucht. Und dann müssen wir rein. In die Unendlichkeit. Nein! Oh Gott, bin ich dämlich. Oh nein. Es tut so weh, das Geld auszugeben, aber ich... Ich hab keine Wahl. Oh, ist das dämlich. Oh, ich bin ins Hinterland gegangen. Oh. Ah, ich muss durchs Ex. Ist das bitter. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, den ganzen Weg da durchzulatschen. So viel Zeit haben wir auch nicht. In der Ongino einöde war noch jemand. Den hatten wir aus dem Gefängnis befreit. Wir sollten ja wiederkommen, wenn er Energie hat. Und ich hoffe nicht, dass er kämpfen will. Gucken wir mal kurz, wie sieht's hier aus. Alles clean. Drückt mir den Daumen, dass er nicht kämpfen will, dass er einfach so in die Stadt kommt. Ich... Ich kann... Ich weiß nicht, ob ich ohne DNA-Digitation kämpfen kann. Ich... Ich weiß nicht, wie das sehr oft. Aber... Ich brauche es wirklich. Ich brauche es wirklich, um zu gewinnen. Und ich würde... Ich würde jederzeit einen Tag dafür warten, damit ich einmal die Digitation für einen Kampf nehmen kann. Und einfach... Dann einfach wieder verpissen. Oder am besten mit dem Zelt so lange schlafen, bis ich... Bis ich... Bis der nächste Tag erbricht. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Nein! Lass nicht! Bitte! Also entweder ist er in Rosemons Palast gegangen, oder Oder Er ist drüben, da wo jemand war. Ich schneid mal. Ach, da ist er doch. Nach dir, Kunde, haben wir gesucht. Hier geht's. Du hängst? Oh, du bist es. Danke für all deine Hilfe im Kampf gegen die Wegi-Truppe. Das Problem ist, mein Körper hat schwer gelitten, als mir mit diesem Gerät die ganze Solarenergie abgezapft wurde. Doch dank deiner harten Arbeit ist wieder Frieden in der Ungino-Einöde zurückgekehrt. Daher kann ich endlich unbesorgt meine Wache über die Einöde beenden und mich vom warmen Licht heilen lassen. Oh ja, ich habe dir noch gar nicht richtig gedankt. Also gut, ich gebe dir hier und jetzt ein Versprechen. Du musst nur noch etwas warten. Sobald ich wieder gesund bin, komme ich in die Stadt, um dich zu unterstützen. Arschloch. Dafür habe ich dich gesucht. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute Morgen. Sehen wir uns dann Richtung Devibon weiter marschieren und gucken, ob wir da was reißen können. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Das war's für heute Morgen. Bis zum nächsten Mal.